Immer wieder sieht man in Foren, Facebook-Gruppen, wie auch immer, solche Kommentare wie Ich habe mir eine neue Waffe gekauft, habe sie mit auf den Stand genommen und dann wollten alle auf den Stand sie mal testen. Und dann kamen sie schon, die Visierlinie ist zu flach, das Ding ist zu kurz, der Abzug ist zu hart, etc. Wir haben hier in Deutschland ein relativ großes Problem und das nennt sich das deutsche Waffengesetz und damit die verbundenen Schwierigkeiten beim Waffenerwerb. Die wenigsten Händler gehen tatsächlich hin, geben einem eine Waffe, eine Neuwaffe zum Testen mit, um sie einfach mal zu prüfen, zu sehen, liegt sie mir, passt sie mir, etc. Viele machen den Fehler und gehen hin und hören konstant auf das, was andere sagen. Dadurch haben sie immer wieder die Schwierigkeit, dass sie einen Fehlkauf tätigen. Der eine sagt, du musst dir eine Glock kaufen, das Ding ist super geil, es gibt nichts besseres und so weiter. Du musst dir eine X6 kaufen, alles drunter taucht nichts. Du musst dir eine Lesbier Premier 2 kaufen und, 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 und. Das sind so diese typischen Sprüche, die man immer und immer und immer wieder auf den deutschen Ständen zu hören bekommt. Wie gesagt, das Problem dabei ist ganz einfach, die wenigsten Händler geben einem jetzt tatsächlich eine niegelnagelneue X6, Lesbier Premier 2 oder was auch immer für eine Waffe zum Testen mit. Sie ist danach nämlich nicht mehr neu. Und damit lässt sie sich von dem Händler nur noch schwierig verkaufen. Gerade heute wieder in einem Forum auch gelesen, viele gehen dann hin und kaufen sich eine Waffe nach Optik. Eine Waffe rein nach Optik zu kaufen, ist eine Gefahr. Ich kenne Schützen, die haben sich zum Beispiel, weil sie es geil finden, eine Glock 17 gekauft. Sie waren damit in den USA, haben damit geschossen und sind auf kurze Distanz damit klargekommen. Klar, auf kurze Distanz kommt man mit fast jeder Waffe klar, weil man nahezu die Scheibe nicht verfehlen kann. Hat er sich gesagt, hier will ich jetzt auch eine Glock haben. Also, hat er sich eine gekauft. Und was war das Resultat? Er hat mit dem Ding nichts getroffen auf den üblichen Distanzen hier in Deutschland. 25 Meter. Kurz Distanz, kein Thema, aber die längeren Distanzen ging einfach nicht. Und genau das ist die Schwierigkeit. Viele kaufen sich die Waffen, weil sie denken, sie sind cool, sie sind geil. Ey, hier, Gangster. Ey, Leute. Wenn ihr hier in Deutschland eine Waffe kauft, dann wollt ihr damit im Regelfall auch zumindest mal vernünftig was treffen und das versuchen. Das funktioniert aber nicht immer. Und dann hat man einen Fehlkauf getätigt. Und hier in Deutschland heißt ein Fehlkauf nicht nur, dass man weniger für diese Waffe zurückbekommt. Das bedeutet auch, Gebühren auf dem Amt austragen, neues Bedürfnis beantragen, neue eintragen und so weiter. Deshalb, wenn ihr die Möglichkeit habt, probiert im Vorfeld so viele verschiedene Waffentypen aus, wie ihr nur könnt. Nur so findet ihr für euch heraus, ob die Waffen, die euch interessieren, euch auch tatsächlich liegen, damit ihr auch Spaß daran habt. Es bringt nichts, wenn ihr eine Waffe habt, mit der ihr überhaupt gar nichts trefft und dann total demotiviert seid danach. Das bringt überhaupt nichts. Wie gesagt, probieren, probieren, probieren. So wie es geht. Es ist nicht immer möglich, weil viele sagen sich, ne, du darfst meine Waffe nicht schießen. Das ist halt, ich sag mal, ja, Deutschland. Mein Heiligtum gebe ich nicht her. Also wie ist Auto. Versucht nach Möglichkeit, Fehlkäufe zu vermeiden. Denn es verursacht nur Zeitaufwand und Geldverschwendung. Letzten Endes. Ich habe das schon hinter mir. Ich habe mir Waffen gekauft, weil ich sie cool fand. SIGS, SIGSauer, P226. Ich fand das Ding total geil. Aber getroffen habe ich damit gar nichts. Also weg damit. Wieder Kosten. Ich habe vorher Glock gehasst. Jetzt habe ich eine hier, immer noch leihweise. Und ich muss sagen, ich komme mehr und mehr damit klar. Glock muss man halt üben. 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 Es erfordert eine etwas aggressivere Grifftechnik. Eine etwas andere Abzugstechnik, um mit ihr klar zu kommen. Bin ich deswegen ein Glocklaber? Nö. Wie gesagt, versucht einfach, so viele Waffen, wie es geht, vorher zu testen. Und natürlich werden die üblichen Verdächtigen dann auf euch zukommen. Äh, darf ich auch mal schießen? Natürlich lasst ihr sie schießen. Und dann fängt es an. Äh, die Visierlinien ist zu flach. Ey, scheiß drauf. Dann sagst du dem einfach, ja und? Du musst nicht damit schießen. Ich muss damit schießen. Das ist meine Waffe. Es ist hier in Deutschland echt sowas von seltsam mit den Waffenbesitzern. Mit den Sportschützen. Wobei es auch darauf ankommt, in welchem Verband ich unterwegs bin. Und in welchem Verein. In den DSB-Vereinen habe ich das Gefühl, dass es manchmal echt nur solche Leute gibt. Die immer wieder sagen, du musst, du musst, du musst, du musst. Und das ist dieses typische in diesem Muffelverein mit dieser Mannschaftsgeilheit, diese Ringgeilheit. Anstatt einfach mal rauszugehen und Spaß zu haben. Noch mal, ich kann mich nur wiederholen, versucht so viele Waffen wie nur irgendwie möglich zu testen. Ihr habt ein Jahr lang Zeit. Tingelt von Verein zu Verein. Geht irgendwo als Gastschütze schießen. Guckt, ob da Leihwaffen vorhanden sind und so weiter. Und probiert. Anders werdet ihr nicht an den Punkt kommen, dass ihr für euch sagen könnt, ja, diese Waffe ist es. Auch wenn es schwierig ist. Auch wenn es Aufwand bedeutet. Aber eine andere Möglichkeit habt ihr hier in Deutschland nicht. In diesem Sinn macht's gut. Und dann geht's gut.